Au. Okay. Herzlich und Willkommen beim Dead Space Remake Let's Play. Wir haben ja in der ersten Folge schon ein bisschen angefangen. Ich habe mich ein bisschen schusslich angestellt und habe wirklich ewig gebraucht, um da voranzukommen. Ich habe ja erwähnt in der ersten Folge schon, dass ich dieses Spiel das erste Mal spiele. Ich habe die alten Versionen von Dead Space nie gezockt. Deswegen muss ich mich hier erst mal vorantasten, wie hier alles funktioniert. Ich habe noch nicht alles herausgefunden, was ich hier alles so machen kann. Ich habe jetzt beispielsweise im Inventar, ich kann ja viele Sachen einsammeln und aktivieren und machen. Und ich habe beispielsweise hier diese Credits. Da weiß ich noch nicht, was ich damit machen kann mit dieser Währung. Anscheinend kann ich mit dieser Währung, ich glaube, Währung und Knoten kann ich dann wahrscheinlich meine Sachen upgraden und ähnliches. Dann habe ich hier mein Inventar. Da steht drauf, was hier alles ist. Das ist mein Plasma-Cutter. Dann habe ich hier Schlüsselelemente. Damit kann ich wahrscheinlich Türen öffnen. Ach, das sind Medi-Packs. Schlüsselelemente sind die Sachen, die ich eingesammelt habe. Dann habe ich hier die Medi-Pack, also mein Plasma-Cutter, die Medi-Packs. Hier habe ich ein Stase-Pack. Noch mehr Plasma-Energie für meine Waffe. Hier habe ich noch einen Bronzer-Halbleiter. Was kann ich damit machen? Ah, okay. Achso, da gibt es irgendwie Shops anscheinend. Schlüsselelemente anzeigen. Nein, ich wollte eigentlich, das ist die Datenbank. Hier kann ich meine Munition, hier kann ich meine Mission sehen, was ich hier zu tun habe und kann mir nochmal die Aufnahme von den Gesprächen anhören, den Monorail-Waggon ersetzen. Da sind wir immer noch dabei. Ja, dann habe ich meine Mission, die aktuelle Monorail zum Laufen bringen. Finde die Platine habe ich anscheinend schon erledigt. Das ist schon grün. Und hier oben bringen die Monorail zum Laufen. Da müsste auch noch das zweimal grün werden. Dann habe ich das auch geschafft. Dann habe ich hier meine Map, meine Karte. Und hier sehe ich auch schon, wo ich lang kann. Okay, gut. Mein Inventar, genau. Genau, diese Bronzer-Halbleiter kann ich in einem Shop verkaufen. Anscheinend gibt es hier irgendwie einen Shop, wo ich kaufen und verkaufen kann. Da kann ich anscheinend die Credits eintauschen, um Sachen zu kaufen. Und Knoten vielleicht zum Upgraden, wie auch immer. Okay, Rüstung ist gut. Aber ich habe noch gar keine wirklich richtige Rüstung. Aber bis jetzt ist alles gut. Und würde dann einfach mal Waffenrad. Was habe ich an meinem Waffenrad? Ah, da ist das Waffenrad. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Aber ich habe erst mal nur diese eine Waffe. Und wir machen mal weiter. Anscheinend muss ich hier durch. Wieder hier runter. Ich muss mal schauen. Ja, da muss ich wieder durch. Dann müssen wir das wieder verlangsamen. Dann lade ich mein Starse wieder auf. Aufgeladen. Dann werde ich hier gleich zu einem Bereich kommen, wo ich wieder durch kann. Ich muss erst mal zurück. Okay. Meine Beine zerschießen. Meine Beine zerschießen. Medipack nehmen. Oh. Eine Medipack sind fast alle. Okay, der hat einen Medipack dabei gehabt, das Viech. Danke. Okay, jetzt habe ich wirklich nicht gut getroffen. Ich habe wirklich nicht gut getroffen. Das Tier. Dieses Monsterviech. Habe ich wirklich nicht gut getroffen. Okay, da muss ich dann durch. Da würde ich aber jetzt nochmal speichern wollen. Da würde ich jetzt nochmal speichern wollen. Wir sind immer noch im ersten Kapitel. Ja. Ich habe ja erst mal angefangen mit dem Game. Gehen wir hier nochmal durch, wo ich vorhin schon war. Hier war ja nichts hier hinten. Hier muss ich nur aufpassen. Ihr könnt jederzeit zum Viech kommen. Hier war ich auch schon, glaube ich. Ja, hier war ich schon. Hier gab es aber weiter nichts. Hier habe ich auch alles eingesammelt schon. Schauen wir mal. Das ist noch zu. Aber jetzt kann ich schon hier weiter was... Oh. Also mal hier ist irgendwas aktiviert. Das ist das Frachtlager, ja. Okay, dann mache ich nochmal hier das hier. Da soll ich rein. Da muss ich aber dann das Teil öffnen. Ah ja, stimmt. Genau. Dann kann ich wieder hier rein. Da war ich ja schon. Aber da war ja bis jetzt noch nichts gewesen. Ich speichere einfach immer, weil... Ähm... Ja. Ich werde einfach immer speichern. Wenn ich so eine Ladestation finde. So. Jetzt bin ich schon wieder hier. Was mache ich jetzt hier? Okay, da ist jetzt was auf. Kann ich hier schon irgendwie was aktivieren? Keine Energie. Hier würde ich gerne reinkommen. Hier kann ich nichts machen. Ja. Ach, da ist was offen. Uh. Da ist was auf. Ein Fahrstuhl. Okay, vorbereiten. Es könnten jetzt, wenn ich mit dem Fahrstuhl fahre, jeder zeigt, irgendwelche Viecher auftauchen. Ach, jetzt bin ich in der Etage weiter oben. Gucken, ob es hier auch was zum Einsammeln gibt. Und aufpassen, jetzt könnten Viecher kommen. Ach nee, hier oben war ich ja auch schon. Ja. Da ist eine Kiste, sehe ich gerade. Ich hoffe, dass da was Nützliches drin ist. Ich create jetzt, ich brauche eigentlich Medi-Packs. Ich brauche ein paar Medi-Packs, ein paar neue. Hier komme ich her. Da renne ich mal. Ich spreng das Vieh in die Luft. Ich spreng das Vieh jetzt in die Luft. Ich werde nämlich hier drauf zielen, wenn es da... Achtung, Achtung, komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das ist tot. Das war natürlich strategisch gut. Dass ich das Vieh so erledigt habe, war natürlich strategisch sehr gut. Dass ich das Ding erledigt habe, hier gibt es nichts. Da kann ich auch nichts öffnen. Hier ist noch eine Kiste. Hier liegt noch was Schönes. Text-Log, okay. Könnte man sich durchlesen. Könnte man sich durchlesen. Habe ich aber jetzt nicht die Lust dazu. Noch das, hier ist noch was drin. Credits. Ah, hier muss ich noch. Oh, ich muss mal an so eine Ecke gehen hier, weil es könnten wieder Fische auftauchen. Okay, aufpassen, hier ist es duster. Da könnten noch mehr von den Fischern sein. Okay, ich habe jetzt zum Glück abgespeichert. Ich habe zum Glück abgespeichert. Ich habe zum Glück abgespeichert. Das waren gleich zwei von den Fischern. Okay. Ich habe nämlich kein Medipack mehr. So, hier war ja nichts. Ein Großes kommt da noch, was ich dann noch zu dem Teil hinlocke. So, anscheinend muss ich die Sachen hier nicht nochmal einsammeln. Da komme ich noch nicht rein. Okay, ich muss hier oben lang. Muss ich den Fahrstuhl fahren? Ja, stimmt. Ich muss ja den Fahrstuhl hoch. Ich finde die Platine. Wie soll ich denn die finden? Ach, da muss ich runter. Ah, habe ich voll übersehen. Da war auch eine Kiste. Dann gehe ich gleich da rein. Okay. Zu speichern gab es da oben ja noch nichts. Da gab es noch nichts zum Speichern. Glaube ich. Ja, okay, hier weiß ich jetzt, was nochmal zu machen war. Gucken wir erstmal, jetzt kommt das Vieh gleich. Hier war eine Kiste. Müsste gleich nochmal das Mönster kommen. So, ich habe Medipaks bekommen. Gut, das ist gut. Müsste jetzt auch irgendwo, hier ist die Kiste, dann finde ich wieder. Ah, hier genau das Lock. Die Kiste. Dann hier alles rausholen, hier alles rausholen. Plasma-Energie. Dann hier das Teil. Vielleicht kommen die Viehster. Hm. 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 Super, erledigt. Hier ist auch noch was. Super, muss ich jetzt wieder den Fahrstuhl hoch. Ja, Fahrstuhl wieder hoch oder runter. Wie auch immer. Fahren wir jetzt hoch. Wir fahren wieder runter. Gut. Wir fahren wieder runter, glaube ich. Schauen wir mal, das werden wir ja. Da kann ich ja gleich wieder speichern. Da kann ich ja gleich wieder speichern. Da kann ich ja gleich wieder speichern. Hier sind noch Explosionsblöcke. Explosionszylinder. Hier haben wir noch etwas, glaube ich. Ja. jetzt möchte ich erst mal das jetzt möchte ich mal den speicherpunkt erreichen erst mal da liegt noch was ich hoffe es ist ein medikit nein ist eine plasma energie dingsbums als komme ich da rein aber irgendwo war jedoch was zum speichern oder ich gucke mal noch mal in dem raum gab es doch irgendwo was zum speichern hier nicht ich gucke mal schnell beim nächsten speicherpunkt der wäre hier speichern dann gucken wir jetzt in diesen raum der jetzt verfügbar ist den ich jetzt öffnen kann weiter wahrscheinlich einige sachen rumliegen die wir einsammeln müssen die wir hier brauchen die taschenlampe gut dass wir an der waffe hier eine taschenlampe haben so gut da vorne kann ich nämlich jetzt rein in diesen raum habe ich schon gerätselt weil da so viel zeug drum liegt zum einsammeln okay jetzt erstmal einsammelbare sachen noch ein text lock jetzt weiter nichts hier ist noch was auch hier sind noch solche spinnte da habe ich auch wieder ein bisschen medipex bekommen da ist die platine yes okay da ist die platine einen knoten gefunden ziel abgeschlossen findet die platine installiere platine ist bestimmt das hier waffe aufrüsten kann ich hier mit der werkbank anzug kann ich den anzug upgraden auswählen plasma cutter schaden okay schaden kapazität schaden habe ich schon mal ein bisschen mehr das mache ich mit den knoten anscheinend kapazität hätte ich gerne eins mehr kapazität die schaden ich weiß noch nicht was die punkte so richtig bedeuten aber ich würde gern die waffe hier kann ich nicht weiter upgraden hier kann ich upgraden jetzt habe ich auch keine knoten mehr ab dafür ist meine waffe jetzt bisschen besser in shape kann ich noch die info aufrufen verbessere waffen und rig mit hilfe der werkbank okay waffe aufrüsten okay verbessere die fähigkeit der ausgewählten waffe oder des rigs in dem du energieknoten in ihr upgrade diagramm investierst okay um zugang zu einzigartigen upgrades zu erhalten und das upgrade diagramm der waffe zu erweitern bringe upgrade teile zur werkbank okay ach da kann ich auch die upgrade zurücksetzen falls ich mich falsch entschieden habe für die upgrade jetzt habe ich auch keine knoten mehr jetzt habe ich auch keine knoten mehr einen anzug könnte ich jetzt quasi auch auch auf tunen aber da habe ich jetzt keine knoten mehr okay das ist also eine werkbank anscheinend so jetzt ist mein plasma cutter abgegradet dann müsste er ein bisschen mehr leistung haben so jetzt muss ich ja wieder zurück da hoffe ich dass ich wieder an einem speicherpunkt vorbeikomme da ist eins gehe ich mal ein bisschen zurück und erledige es mit der explot das ist explot ladiert da hinten ist noch eins das erledigt auch mit der explot das ist auch explot radiert explot radiert aber das ist gut das ist wirklich strategisch das zu machen dann spart man munition weil man hat hier nur begrenzt munition und so viel findet man nicht und auch jetzt diese waffe hier ist auch jetzt naja au okay ja ich habe es zu nah kommen lassen das Vieh ich habe es zu nah an mich rankommen lassen ist das ärgerlich naja gut so ärgerlich ist es auch nicht das machen wir schnell nochmal hier soll ich ja genau gehen wir nochmal in das büro guck mal ob ich meine upgrades nochmal machen muss sammeln sammeln wir mal das nochmal ein nochmal das einsammeln dann kann ich hier die platine einsammeln ich höre wie sich etwas bewegt moment ich habe die platine hier ich komme zurück zur monorail steuerung dann habe ich hier die werkbank dann gucke ich mal ob ich das ganze jetzt nochmal pimpen muss ja ich habe wieder die drei plasma cutter da mache ich erstmal hier schaden und kapazität dann gehe ich ein zurück und mache anzug gesundheit luft gesundheit erstmal gut dann habe ich das auch abgegradet jetzt versuche ich nicht zu sterben dass ich bis zur speicherbank komme genau ja dann gehen wir mal in die richtung gleich kommt das Vieh hier vor dann kann ich es nochmal weg sprengen und ok dann spreng ich das jetzt auch weg das kommt auch hier her ok dann aufpassen das eine was jetzt gleich kommt dass mich das nicht wieder erledigt schön die gliedmaßen abschießen so jetzt habe ich es geschafft das Vieh zumindest hier muss ich dann wieder lang denke ich ja dann komme ich auch wieder zu einem ladepunkt kann ich hier wieder aufladen gespeichert so wir schauen mal weiter muss ich wahrscheinlich ja jetzt muss ich in dieses Büro rein oder was auch immer ok hier nicht mehr hier ist nochmal so ein Hugo erledigt ich glaube ich muss auch nochmal hier hin so jetzt sind wir hier jetzt habe ich ja die platine dabei da will ich ne ich speichere dann erst ab wenn ich die platine eingeworfen habe wenn ich die installiert habe platine reinstalliert systemneustand abgeschlossen ach das ok speicherpunkt so da haben wir das nochmal gespeichert weil jetzt geht es auch bestimmt weiter in den neuen abschnitt eventuell ach jetzt muss ich da dran an diese Konsole Wartung abgeschlossen Monorail wird angefordert alles sauber Ziel abgeschlossen super nächster Halt Flugdeck Monorail Steuerung ok die können weiter wo muss ich hin achso die fahren jetzt erstmal weiter wir sind an bord das Dach wurde getroffen aber es ist noch intakt die Quarantäne ist aufgehoben der Weg zum Hangar ist frei aber die Kommunikation ist tot seid vorsichtig wie ist der Plan du und Johnston repariert die Callion wir melden uns auf der Brücke Standard Notfallrotokoll Protokoll? wir sterben Menschen Helmet ich werde nicht noch mehr verlieren halten wir uns an die Vorschriften dann schaffen wir es auch hoffentlich uuuuuh jetzt werde ich nochmal speichern ich speichere einfach nochmal weil jetzt wieder was abgeschlossen ist da hätte ich erwarten können aber ich wusste ja jetzt nicht dass das ich wusste ja nicht dass das jetzt schon dass da noch was kommt mit der U-Bahn mit der Monorail jetzt muss ich erstmal gucken wo soll ich hin ok ich bin erstmal wieder in Shape auch noch ich hab noch genug Energie ich hab noch Medi-Kids ok hier ist wieder hier kommen bestimmt wieder Viehstar denke ich mal was haben wir hier sicherheitsanfrage abgerufen es ist nicht gestorben wir haben ihm genau zwischen die Augen geschossen und es ist nicht gestorben es musste ihm die verdammten Arme und beide wegschießen wir brauchen Hilfe ok ich denke dass ich dann auch hier lang muss ja ja ok da klingt schon wieder komisch öffnen öffnen hier war ich auch schon mal hier war ich auch schon mal da gehts lang Fahrstuhl ne das ist kein doch es ist ein Fahrstuhl jetzt gehts nach oben gehts ok mal sehen wo es jetzt ob ich jetzt dahin komme wo ich schon mal war glaube ich nicht das ist jetzt ein neuer Abschnitt da war gerade ein Vieh hier in der Ecke ist nichts für mich in der Ecke ist auch nichts muss da aufpassen davon ist wieder so ein Vieh also ein Alien Monster mal gucken ok hier ist ein hier ist ein Raum wo ich wieder was einsammeln kann da habe ich wieder Knoten Energie erstmal Energie für die Waffe hier Credits Credits Schweinerei so ja das war jetzt einfach nur ein Raum wo man hier ein bisschen looten kann mehr nicht ich habe jetzt noch keinen Speicherpunkt wieder gefunden aber wir schauen mal hier rum vorsichtig ok hier ist nichts sparen wir mal ein bisschen Energiezellen Knoten Credits Ach hier ist doch der Raum von vorhin ach jetzt sind wir doch gestartet glaube ich hier haben wir doch angefangen mit dem Ganzen jetzt ist auch hier der Raum wieder auf hier kann ich nichts machen an den Computern jetzt muss ich wahrscheinlich zu meiner Crew hin schaffen oder was auch immer auf jeden Fall haben wir ja hier gestartet das könnte auch sein das könnte auch sein dass hier ein Safe Punkt ist hier sind keine Überlebende Daniels versucht auf den Hauptrechner zuzugreifen kann ich an dem Automaten was auslösen ich glaube mal nicht auch da hinten liegt was wieder hier liegt ein Textblock ja das sollen wir auch alles einsammeln im Endeffekt hier ist ein Speicherpunkt ich werde erstmal gucken ob es hier noch was zum einsammeln gibt hier in dieser Halle hier in diesem Aufenthaltsraum gibt es weiter nichts zum einsammeln das speichern wir mal ab ich würde sagen wir machen Schluss für heute im nächsten Video geht es weiter mit dem Dead Space Remake ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen hat mega Spaß gemacht ich hoffe euch gefällt dieses Spiel und meine Let's Plays lasst bitte einen Daumen nach oben da und wenn ihr meinen Kanal abonniert würdet ihr mich wirklich riesig unterstützen ich sage bis dann Ciao bis zum nächsten Clip